Die Mutter von Claudia Döhler, Poesie und Licht Die Mutter wurde von Gott geschaffen, damit die Liebe wir verstehen. Denn Mutter kann uns schlecht bestrafen, sie will das Gute im Kinde sehen. Ist das Kind auch widerspenstig, des Mutters Liebe bleibt bestehen. Denn ihre Liebe ist beständig, sie macht unser Leben schön. Sind wir auch schon lang erwachsen, verweilen wir noch gern bei ihr. Ihr Sein sind unsere Prophylaxen, denn sie öffnet unsere Herzenstür. Bei Mutter tanken wir die Kraft, die wir zum Leben brauchen. Dass kein anderer Mensch je schafft, auch wenn wir das manchmal glauben. Besuche sie, solange sie ist und schau in ihre Augen. Dort siehst du, was die Welt vermisst, lass die Liebe nicht verstauben. Könntest du dich mit ihren Augen sehen und würdest du verstehen. Für sie bist du so wunderschön, würde dein Leben leichter gehen. Dann gibt es dir, wie Sie sehen, wie bei der vierten Zeit aufschluiten. Und wieder wunderschön. Ja, der sagt uns, bis zururoszene, wunderschön.